So, da bin ich wieder im neuen Jahr. Frohes Neues wünsche ich allerseits und ich will, weil Veganuary ist, an dieser Stelle heute mal erzählen, warum ich als Ärztin seit 35 Jahren kein Fleisch mehr esse. Natürlich war ich vor 35 Jahren noch keine Ärztin, sondern ein Teenager und habe damals die Entscheidung getroffen, kein Fleisch mehr zu essen. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass kein Fleisch essen, auch aus medizinischen Gründen, sehr zu empfehlen ist. Wer dazu mehr erfahren will, hat vielleicht Lust, gerade auf Netflix die Documentary, Documentary? Die Dokumentation, Du bist, was du isst, zu schauen, wo eine Zwillingsstudie begleitet wird. 404 Zwillingspaare werden beobachtet. Einer ist vegan, der andere ist gesund omnivor. Und in der Folge, also nach zwei Monaten, werden die untersucht und die Resultate sind erstaunlich. Ist jetzt also Anfang des Jahres auf Netflix an den Start gegangen. Und wie viele vegane oder plant-based Doktor bin auch ich nicht aus medizinischen bzw. gesundheitlichen Gründen vegan geworden, bzw. als ich 13 war, nicht vegan, sondern vegetarisch geworden, sondern weil ich Mitleid mit Tieren hatte. Speziell mit Tieren, die in meinem Umfeld lebten, die mein Vater, der jetzt wahrscheinlich zuguckt und diese Geschichte wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann, heimlich, er hat die heimlich zum Schlachten gebracht. Und das fand ich so ungerecht und das fand ich so traurig, dass ich gedacht habe, nein, zu so viel Unrecht will ich nicht beitragen. Und da habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Und ich kann mich auch da noch erinnern, dass dieser Übergang richtig, richtig schwer war. Damals gab es noch nicht die Umstände, die wir heute haben mit eine Million Fleisch und Milch und sonst was Ersatzprodukten. Ich hatte keine Vegetarier um mich. Ich würde bis heute behaupten, dass ich der erste Vegetarier in unserem bauernlastigen Dorf war. Und so war das zum einen schwer und zum anderen auch vom Belohnungssystem her schwer, denn ich hatte ja Gelüste und es gab nichts, womit ich sie befriedigen konnte. Nichtsdestotrotz war das stärker, das und die Existenz von River Phoenix, der zu der Zeit mein Lieblingsschauspieler war. Und der ist genau wie sein ebenso berühmter und schauspielender Bruder jetzt Joachim Vegan. Ja, und diese Kombination hat mich dann scheinbar irgendwie durchhalten lassen und hätte mich auch durchhalten lassen, selbst wenn es gesundheitliche Konsequenzen gehabt hätte, vegetarisch zu leben. Den Begriff vegan habe ich zum ersten Mal gelesen in einem Buch von Barbara Rütting. Die ist Schauspielerin gewesen, hat im Alter dann Gesundheitsbücher geschrieben und war auch für die Grünen, glaube ich, im Bayerischen Landtag. Und die hat mir erstmals vor Augen geführt, obwohl sie, glaube ich, selber gar nicht vegan war, dass auch Milchprodukte und Eier mit Tierleid einhergehen. Und da hatte ich natürlich einen Gewissenskonflikt. Auch, denn ich wollte ja nicht, dass die Tiere leiden. Also ich wollte nicht nur nicht, dass sie ihr Leben lassen müssen, sondern ich wollte auch nicht, dass die Schmerzen erdulden müssen und unter schrecklichen Bedingungen leben müssen und solche Sachen. Aber damals war vegan, vegetarisch war schon schwer, vegan war eigentlich gar nicht möglich. Es gab keine Rezepte, die komplett rein pflanzlich waren. Es gab, wie gesagt, keine Ersatzprodukte. Das Einzige, was es gab, war Naturtofu. Und meine Mutter hat sich da, glaube ich, sogar bemüht, den irgendwie halbwegs appetitlich mit Sojasauce anzubraten. Aber das ist natürlich kein Ersatz zu einem Beyond Burger oder einem Impossible Burger oder Garden Gourmet Burger, ohne da jetzt einen Favoriten auszuwählen. Weil ich finde, die schmecken alle gleich und auch gleich echt. Aber ja, vegan ging unter den Umständen einfach gar nicht. Und abgesehen davon hatte ich ja auch keine Ahnung von Ernährung. Aber ich hatte Übergewicht. Und so kam es dann, dass ich mich seit dem Zeitpunkt quasi in das Thema Ernährung reingefuchst habe. Und nicht, weil ich Krankheiten therapieren wollte. Wie gesagt, das Thema Gesundheit war mir an dieser Stelle egal. Ich wollte über das Abnehmen mehr lernen. Und ich wollte satt sein und nicht dauernd hungern. Und ich wollte abnehmen ohne Tierleid. Und so stieß ich dann irgendwann auf das Konzept Fit fürs Leben. Was in den späten 80ern, frühen 90ern auch sehr gehypt wurde. Und Fit fürs Leben geht zurück auf die ganze Natural Hygiene Szene in den USA. Das Ganze ist ein bisschen irisoterisch angehaucht. Vieles davon stimmt so auch nicht. Es geht auch mit Wasserfasten einher. Herbert Shelton und noch ein paar andere selbsternannte Gesundheitspraktiker, also nicht Ärzte, treiben sich darum. Da wird Obst als erstes morgens gegessen. Es wird angenommen, dass Obst im Magen gärt und dass man das deswegen zuerst essen sollte. Also wie gesagt, manches daran stimmt dann auch überhaupt gar nicht. Und so kam ich dann irgendwie über Fit fürs Leben auf das Konzept Rohvegan. Weil Alicia Silverstone, die Schauspielerin, die ja auch ebenfalls vegan ist, ich zähle nur vegane Schauspieler auch hier. Ja, damals als die Rohkostszene, das ist jetzt auch 15 Jahre glaube ich, ist es schon her, als die Rohkostszene in den USA explodiert ist, wie bescheuert. Ja, von Rohveganismus gesprochen hat. Und plötzlich waren unendlich viele Sachen möglich. Rohvegan, aber auch vegan. Und es gab plötzlich Rezepte. Also viele waren im englischsprachigen Bereich. Es gab haufenweise vegane Rohkostrezepte und haufenweise dann im Zuge auch vegane Rezepte. Aber da war ich auf dem Rohkosttrip und habe dann tatsächlich auch noch geglaubt, dass man wirklich tatsächlich 100% Rohkost zu sich nehmen müsste, um gesund zu bleiben, um abzunehmen, um keine Krankheiten zu bekommen. Weil die Rohkostszene ja lehrt, dass Tiere auch nichts gekochtes essen und Tiere in freier Wildbahn nicht krank sind. Das stimmt natürlich nicht. Erstens stimmt das natürlich nicht, dass Tiere in freier Wildbahn nicht krank sind. Und es stimmt auch nicht, dass wir uns nie an gekochtes Essen angepasst haben. Homo sapiens beziehungsweise Homo erectus davor, vor uns Homo sapiens, vor fast einer Million Jahre hat schon sein Essen gekocht. Und es ist eher so, dass Paläontologen davon ausgehen, dass wir als Homo erectus beziehungsweise Homo sapiens uns so weiterentwickelt haben zur Krone der Schöpfung, weil wir angefangen haben, unser Essen zu kochen und uns so mehr Nährstoffe zugänglich gemacht haben. Seitdem können wir Stärke als Kalorienquelle nutzen und alle unsere Körperzellen können Glucose, woraus Stärke ja besteht, verstoffwechseln. Und im Rahmen der rohveganen Bewegung gab es dann auch wieder unterschiedliche Bewegungen. Es gab Dr. Gabriel Cousins, der rohveganes Low Carb gemacht hat, Dr. Douglas Graham, der rohveganes High Carb gemacht hat. Und ich wollte dann irgendwann wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Und nach zwei Jahren Rohkost hatte ich einen Eisenmangel. Ich hatte also Mangelsymptome, daher musste ich mir irgendwie eingestehen, dass hier vieles nicht stimmt. Aber ich wollte wissen, was die Wahrheit ist und gleichzeitig war ich als Schauspielerin nicht beschäftigt, konnte kein Geld damit verdienen, und habe mein Abitur nachgeholt und dann Medizin studiert, um endlich die Wahrheit rauszufinden über Ernährung. Und da habe ich nicht nur die Wahrheit über Ernährung rausgefunden, sondern auch über Antibiotika. Und da bin ich jetzt bei zwei Gründen, warum ich als Ärztin kein Fleisch esse. Das eine ist, Todesursache Nummer eins ist Herz-Kreislauf-Erkrankung. 40% aller Menschen sterben daran und Fleisch trägt am stärksten dazu bei, dass das passiert. Mehr als Zucker, möchte ich mal behaupten. Zucker kann das auch, Zigaretten können das auch, weil Zigaretten und Zucker die Gefäßwände schädigen. Aber wenn man nicht zu viel Cholesterin im Blut hätte, würde sich an diese Gefäßschäden kein Cholesterin anlagern. Cholesterin, vor allem das böse Cholesterin, nein, alles Cholesterin. Cholesterin ist in tierischen Produkten drin, allen voran Fleisch. Und Fleisch ist auch noch voll mit gesättigtem Fett. Und aus gesättigtem Fett macht der Körper dann auch nochmal Cholesterin. Außerdem bekommt man von verarbeitetem Fleisch definitiv und von rotem Fleisch wahrscheinlich Darmkrebs. Natürlich macht immer die Dosis das Gift hier. Und es gibt natürlich auch Fleischesser, die so wenig Fleisch essen, dass sich das weder negativ auf ihre Herz-Kreislauf-Situation noch auf ihren Darm auswirkt. Aber es ist wissenschaftlich bestätigt, dass Fleisch sowohl das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko steigert, als auch das Krebs-Erkrankungsrisiko. Und ganz vorne mit dabei ist das Fleisch, noch weiter vorne als der Zucker. Und was man dann aber auch lernt im Medizinstudium, unabhängig davon, dass die meisten Zivilisationserkrankungen direkt mit dem Verzehr von Fleisch zusammenhängen, ist, dass die Antibiotika-Resistenz vor allem daherkommt, dass Tiere schon präventiv, bevor sie überhaupt krank sind, mit Antibiotika behandelt werden. Das Antibiotikum wird denen direkt ins Futter getan. Und die Bakterien, die ja auch überleben wollen, die Teil der Evolution sind, finden Wege, dieses Antibiotikum zu umgehen. Sie mutieren in ihren Vermehrungszyklen und werden irgendwann Antibiotika-Resistent. Und das ist wieder ein Problem in der Medizin. Wenn ein Bakterium, ein Menschen und ein Tier befallen kann, also wenn ihm egal ist, welche Spezies das ist, und es rein zufällig ein Bakterium ist, was auf dem Tier resistent geworden ist, und es dann den Menschen befällt und hier irgendeine Entzündungsreaktion, Krankheit oder sonst was verursacht, dann wirken die Medikamente nicht mehr. Und dann ist der Mensch, oder der Patient und Arzt sind quasi dem Immunsystem ausgeliefert. Das ist kein Problem, wenn das Immunsystem gut ist, aber oft ist das Immunsystem bei vielen Leuten beschissen, weil sie sich beschissen ernähren, weil sie einen beschissenen Lebensstil haben, weil sie eine beschissene Work-Life-Balance haben, weil sie sich nicht gesund genug bewegen, oder auch, weil sie vielleicht eine andere Erkrankung haben, die ihr Immunsystem in Mitleidenschaft zieht. Oder auch, weil sie über Jahre vielleicht Ibuprofen genommen haben, was, wenn man es über Jahre nimmt, auch die Funktion des Immunsystems schädigt oder herunterschraubt. Naja, und dann haben wir, mit Antibiotika haben wir ein kausales Medikament. Sehr oft arbeitet die Medizin, die Schulmedizin nur symptomatisch. Hier ist das Bakterium schuld und wir können kausal arbeiten. Und wenn wir ein resistentes Bakterium haben, funktioniert das Antibiotikum nicht mehr. Und wir können nicht kausal arbeiten, sondern auch wieder nur symptomatisch. Und ich finde, wir haben schon wirklich genug Symptombekämpfung in der Medizin, weil die Menschen ihre Ernährung nicht umstellen wollen, weil sie auf dieses Zeug, was ihr Belohnungssystem aktiviert, nicht verzichten wollen. Sie wollen gerne was zusätzlich nehmen, selbst sei es naturheilkundlich, Globuli, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, sonst was. Aber sie wollen nicht die Ursache beseitigen. Und das ist das größte Problem überhaupt. So, also haben wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal die Todesursachen Nummer 1 und 2, die von Fleisch verursacht werden. Und die Antibiotika-Resistenz, die von der Tierhaltung, die für die Fleischproduktion natürlich notwendig ist, verursacht werden. Ja, und dann ist natürlich die wissenschaftliche Lage zum Klimawandel und zur Tierhaltung auch einfach nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man jemand ist, wie ich, als Arzt, der Studien als Grundlage zur Wissensgenerierung nutzt, dann kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen, dass auch die Studien zum Thema Klimawandel eindeutig zeigen, dass die Tierhaltung oder in unserem Fall sogar die Massentierhaltung, weil wir eine Masse Menschen auf dem Planeten sind. Ein wichtiger Faktor dafür ist, dass unser Klima halt gerade kippt, was die größte Bedrohung in 20, 30 Jahren sein wird für die Menschheit wahrscheinlich. Natürlich nicht für die Menschen, die sowieso durch ihre eigene Bedrohung, ihrer Fehlernährung direkt sterben. Also wer einen Herzinfarkt bekommt, den trifft der Klimawandel dann natürlich auch nicht mehr. Und wir können nicht alle Menschen auf der Welt so ernähren, wie früher vielleicht Jäger und Sammler gelebt haben, mit den Mengen Fleisch, die Jäger und Sammler vielleicht gegessen haben. Die Evolution hat es aber auch nicht darauf angelegt, dass wir 80, 90, 100 Jahre alt werden in Gesundheit. Die Evolution hat uns darauf vorbereitet, dass wir uns fortpflanzen und dann können wir ruhig sterben. Also 25 Jahre Lebenszeit für Menschen reicht der Evolution aus. Wenn dir 25 Jahre Lebenszeit auch ausreichen, dann kannst du so viel Fleisch essen, wie du möchtest. Wenn du anstrebst, 100 Jahre alt zu werden vielleicht, oder meinetwegen auch 80, und vielleicht auch zu sehen, wie deine Kinder sich fortpflanzen und in einer sicheren Umgebung leben, dann sollte man den Fleischkonsum ernsthaft überdenken. Und auch den Konsum anderer tierischer Produkte, denn die Tiere müssen ja auch gehalten werden. Besonders Milchvieh, sage ich mal, ist ein Riesenproblem, weil das Milchvieh halt das Methan rülpst und somit zu den Treibhausgasen beiträgt und Milchvieh ja auch die Milch produziert, sonst würde es nicht Milchvieh heißen. Und das sind so meine Hauptgründe, warum ich als Ärztin jetzt mit dem Wissen, was zusätzlich nochmal meine Empathie gegenüber dem Leid der Tiere unterstützt, seit 35 Jahren kein Fleisch mehr esse und es auch niemals, jemals wieder tun werde. Und jedem, den ich treffen kann, falls er mich fragt, davon abraten würde. Die meisten Leute fragen mich nicht. Anders als andere Ärzte werde ich nie gefragt von im Verwandten, Bekannten, Freundes- oder Sonstwas-Kreis, was man gegen das und das und das machen könnte, weil ich sehr oft einfach sagen werde, Ernährung umstellen und das wollen die Menschen nicht. Und deswegen muss ich YouTube zulabern mit meinen Ernährungsratschlägen. Gut, apropos Ernährungsratschläge, ich habe bis zum 21. Januar noch ein Rabattangebot zur Bekämpfung des metabolischen Syndroms. Das heißt, dass ich habe ein Kurspaket mit vier Kursen drin, Cholesterin senken, Abnehmen, Blutdruck senken und Diabetes therapieren mit Ernährung für nur 129 Euro statt 197 Euro. Das kann man noch bis zum 21. Januar erwerben unter www.silke-rosenbusch.de slash metabolisch und nach dem 21. gibt es übrigens ein Rabattangebot für meinen Cholesterin senken Kurs. Für ganze drei Wochen kann man das buchen mit 50% Rabatt. So, und wenn du mehr dazu wissen willst, im Gegensatz zu den anderen Leuten da draußen darüber, wie du dich besser ernähren kannst, um Zivilisationskrankheiten zu beseitigen, um den Planeten zu retten, oder wenn du einfach nur mehr darüber wissen willst, warum vegane Ernährung entgegen einer aktuell öfter wiederholten Aussage eines bekannten deutschsprachigen Ernährungsgurus gesund ist, dann abonniere doch gerne. Ich sage ciao, macht's gut, bis nächste Woche, eure Silke.